Hallo ihr Lieben, willkommen auf unserem Kanal. Wir unternehmen heute eine Reise in die 80er mit Unusual Findings. Wir spielen die Demo gemeinsam. Ich freue mich extrem, dass ich das Spiel entdeckt habe. Soll 2022 noch rauskommen, ist aber noch kein genaues Datum bekannt und wir legen direkt los und ich freue mich gerade wirklich, weil ich habe schon ein paar Minuten mal reingespielt und ich stehe drauf. Oof! Vincent Falco, what did I tell you? But Dad! What did I tell you? That... I'm grounded. Exactly! And that means no TV, no radio, and no video games. That's so unfair! Are you joking? You and your criminal friends blew away half of Mrs. Johnson's garden. Ja, ihr merkt schon, wir haben eine englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Ich hoffe, man hört genug. So, und jetzt können wir sagen, ich bereue nichts. Wir haben es zu Forschungszwecken getan. Oder es tut mir leid, es war ein Unfall. Wir wussten nicht, dass Natrium so flüchtig ist. Ich würde sagen, wir entschuldigen uns mal. Entschuldigen kommt bei Eltern nämlich immer wahnsinnig gut an. Vinny, you're a smart kid. I'm glad you like science. But there are a lot of things to do other than electrocuting, burning, or blowing stuff up. I get the point. I'm sorry. That's much better. But you are still grounded. So no video games. You understand me? I understand. That's much better. See you tomorrow. But just in case you didn't understand me well enough, I'll be taking these cartridges with me. But Dad! Hey, it takes courage to apologize when you did something wrong. You're growing. I'm proud of you. That means I'm not grounded anymore? Nope, but it reduces your sentence. I don't want you to think that your decisions don't have consequences. Because believe me, they do. Sooner or later, you're gonna have to deal with the results of your actions. Remember, your attitudes toward other people matters. Anyways. I'm locking this door. Good night. I'm locking this door. Good night. I'm locking this door. Good night. So, there we are. Someone is throwing rocks in my window. If I had to guess, it's Nick or Tony. Eh, probably Nick. I should open the window to see what's going on. Yeah. Werden wir gleich machen, aber vorher schauen wir uns hier ein bisschen um, denn ich finde, ich liebe diese Star Wars Anspielung hier. An Empire Spacecraft Model E90. It can travel at light speed with ease. Mit Klick auf die Gegenstände können wir ein bisschen mehr darüber erfahren. Das hier ist ja wohl eindeutig Yoda. One of Luke Masters. I think it would look silly, fighting a regular sized person. So, Pike Packs, was auch immer. I removed my bike packs after a stunt went. Ach, das sind, ja. Wir können auch Dinge in unser Inventar packen. Das ist diese Tasche hier, ja. So. My wardrobe is locked and I don't remember where I left the key. I know, it's weird, but I guess it's the price a man has to pay to keep his privacy. Wir können uns zum Beispiel auch die Filmplakate anschauen. This movie was so awesome. When I was a little kid, I used to watch it on my grandpa's. The alien laser sound effects were so scary. Fifty movies are great. Mit 50er Jahre Filmen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Äh, das ist irgendwie nicht so mein Ding. I loved this movie concept. It's a perfect blend of sci-fi elements with classic nostalgia. It just works on so many levels. Sehr viele Bücher, ein Nachtkästchen. My nightstand only has dirty shoes and some Swamp Man comics. Ja, auf deinem Nachtkästchen stehen dreckige Schuhe, ja. I should open the window to see what's going on. Ja, das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Someone's throwing rocks in my window. If I had to guess, it's Nick or Tony. Eh, wahrscheinlich Nick. So. Ja, ist ja gut. Ich komm ja, ich komm ja, ich komm ja. So, und jetzt müssen wir das Fenster öffnen. Und können jetzt nach draußen ziehen. Hey, Vinny, Vinny! Shh! Shut up, Nick! I'm grounded! Oh, yeah. Well, me too. I think everyone heard about our, uh, experiments near Mrs. Johnson's garden. Then, what are you doing here? Are you crazy? The last of the crap Tony needs to make a Signal Descrambler came in the mail! We're gonna get pay-per-view cable for free. We gotta get to Tony's house. I'm not so sure, Nick. Three words, man. Naked. Chicks. On TV. Those are four words. But, you win. Give me a minute. Just keep it quiet, alright? So. Was können wir denn hier? Eine Seilrutsche haben wir hier. The Zipline goes directly to the treehouse window. Das wäre schlecht, wenn wir da reinrutschen würden. These flowers are colorful, smell great, and best of all, my sister is allergic to them. Hey! There's the key to my wardrobe! Now I remember. I put it here, because my sister is allergic to these flowers. Now that I say it out loud... Man. Okay. I sound paranoid. But I'm almost positive, she uses my things when I'm out. Wer tut das nicht bei seinem Geschwister-Teil? So. Wir können mit Nick sprechen. Hey! What? Und jetzt haben wir jede Menge Auswahl. So, bist du sicher, dass Tony ein Signal-Entschlüssel gemacht hat? Hat Tony nicht auch raus erlebt? Isn't Tony grounded, too? Yes, but his grandmother's death is a doornail. Remember the time we hit a llama in Tony's basement? She never found it. Yeah. I guess she won't notice us either. Kannst du mir denn helfen, hier rauszukommen? Can you help me get out? Yeah, sure. Jump. I'll catch you. Ahaha. You said that to Eddie Martinez and he broke a leg. That's different. Eddie Martinez is fat. He's not my friend and his parents are not my mind. Forget it. I'm not gonna jump. Ah. Is anyone around? The coast is clear. You are safe to escape. Perfect. It's South Plains at night. What do you expect? Everyone is sleeping or watching TV. Yeah, mach doch schon mal das Fenster zum Baumhaus auf. Are you gonna use the zip line? Isn't that like kinda risky? I mean, you could fall. Your dad is going to find you all crippled. Then he's going to call my parents. And I don't want that to happen. Boah. Was ist los, Nick? Du feige Sau. Wer zurück in die Zukunft kennt, der wird den kennen. Keine Sorge, Mann. Wenn ich mir ein Bein breche, werde ich still und leise zurück in mein Zuhause kriechen. Nee. Komm, wir machen den zurück in die Zukunft. Chicken. Chicken? Nobody calls me Chicken. Then prove it and open the freaking window. Alright. But don't you ever call me Chicken again? Noted. Heißt Marty McFly sehr empfindlich. So. Okay, also, ähm. Die grauen sich auch nicht aus, die Sachen, die man gesagt hat. Sondern die bleiben einfach stehen. Wir brauchen jetzt auf alle Fälle... Ja, gib mir mal eine Minute. Gib mir mal eine Minute. Okay, aber schnell! Also, wir brauchen irgendwas. Wenn Brian Broken Arms Tusken versucht hat das letzte Jahr, hat er seinen Nachnamen gewonnen. Seitdem ist er noch nicht mehr mit uns. Wir brauchen irgendwas, womit wir da runterrutschen können. wie ein Tuch oder ein Seil. Hits my super comfy bed. Ja, dann ja. No comic books hiding below it this time. So, wir haben ja jetzt den... Schrankschlüssel. Rad! Hey! My old Roboto Battle Station! Was hast du da gemacht? So, wenn jemand weiß, was eine Roboto-Kampfstation ist, dann möge es mir bitte, bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Keinerlei Ahnung. Ach ja, genau. Wenn man dieses kleine Ding, dieses Raumschiff da oben anklickt, dann sieht man alles, womit man interagieren kann. Videospiel-Konsole. Der beste Konsole, der noch immer existiert hat. Und es ist alles meine! Ein ganzes Bisschen von hoher Kraft! Ja. Uh. Gruselig. Light on. Light off. Ist schon schön gemacht. Schön gemacht. So. Wir können Dinge kombinieren. Und somit haben wir... Okay. Das perfekte Werkzeug für die Seilutsche. Bis hierhin hatte ich es gespielt und ich liebe es. Ich werde dieses Lied die nächsten Tage wahrscheinlich nicht mehr los. Oh, das ist die Stelle, wo wir den Garten versüchtet haben. Wahrscheinlich sind da so viele Anspielungen allein hier schon und ich verstehe sie nicht mal alle. So, was? They are here? Natürlich eine geheime, nicht ganz so geheime Basis. So, was? Saufen Sie, ein Kromek laden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mr. Sainzou? China? What language is this even in? I have no idea. But I didn't build a Descrambler, so we could catch the International Channel. Let's try another one. Something's wrong. This thing is on every single channel. On the plus side, we can watch Chinese movies. What the hell was that? That wasn't a shooting star. Okay, and this has to be a movie. What do you mean? It could be possible that we just witness some sort of distress call from a spaceship that just crashed in the South Plains Greenwoods. I'm not sure. What if it was just the weirdest coincidence ever? Then what are we waiting for? That wasn't far from here. Let's go find out. But what about the cable girls? Girls, look, if that was a alien spaceship, we could be the first humans, to meet beings from another planet. Da wäre ich auf alle Fälle nicht in der ersten Reihe. What? The girls! I'm pretty sure that if we become part of human history, we'll get more girls than if we stay home stealing cables. Wir wissen, dass das immer nur schief geht. Außer bei E.T. Aber ansonsten Independence Day. Äh, keine Ahnung. A Quiet Place. Alles, alles Aliens, denen man nicht begegnen möchte. Klar. Ja, lass uns mal in den Wald fahren. So. Was haben wir denn hier? Wische? Da ist irgendwas Blaues. Das ist bestimmt eine Scheißidee, das anzufassen, oder? Nimm. Wenn wir gar nichts anderes reintun können. Ich bin mir irgendwas in unserem... Nein, ne? Gar nichts, gar nichts. Ah, oh, einfach ein halb verbrannter Baum. Hm. Es sieht aus, wie es durch ein Lichter war. Oder ein Feuerball. Vielleicht hat der Alien das gemacht? Nein, Vinny war richtig. Es war definitiv ein Lichterstreik. Es war so eine Woche vor, als ich mit meinem Vater hielten ging. Mhm. So, was haben wir hier? Bei dem Bach. Der Bach ist natürlich so breit, da kann man nicht mit einem Schritt drüber... Nein. So. Ja, gut, aber... Ja, es wäre eigentlich wie so eine Schleuse. Aber dann überflutet es hier ja alles, oder? Okay, also das heißt aber auf alle Fälle, dass wir irgendwie... ...darüber müssen... Okay. So. Versuchen wir mal das, weil der ist ja... ...ja, jetzt nicht mehr so stabil. So. Können wir damit jetzt irgendwas tun? Macht das Sinn? Eigentlich nicht. Ich kann es nicht verändern. Es ist zu schlau. Lass mich das mal probieren. Ja, das ist zu schlau. Wir brauchen etwas, um es zu schlau. Blaue Flüssigkeit? Hm. Ich glaube, Büsche sind uninteressant. Hier an dieser Stelle. Man kann sich natürlich hier ein bisschen mit... Okay, also hier gibt es gar nichts zum Anklicken. Da hilft das kleine Raumschiff schon immer sehr. Seltsamer Baum. Das sieht doch ganz normal aus. Nein. Nein! Ja, siehst du so aus! So, lauft jeder für sich. Der Langsamste hat Pech. Erschrecken wir sie, indem wir uns aggressiv verhalten. Ich stürze mich auf sie. Ihr deckt mich. Also ich glaube, tatsächlich weglaufen ist eine dumme Idee. Weil man da ja bei solchen Tieren nur den Jagdinstinkt erst recht anstachelt. Also man soll sich ja... Ich schaue zu viele Team-Dokos. Wir stellen uns aggressiv. Aber man soll ja auch sich vor Bären groß machen. Nein, definitiv nicht. Ähm... Was machst du hier? Das ist aber lieb, Herr Officer. Sir, yes, sir! Ich glaube, du bist wahrscheinlich ein Parkranger oder sowas. Warte! Du weißt, was dieses blaue Liquid ist? Nö. Es war wie das, als wir hier hier getroffen haben. Da hat er wo... Was ist das denn? Okay. Hier ist die Situation. Es ist ein Körgeralien in der Stadt und wir sind die einzigen, die darüber wissen. Wie cool! Ja, klar. Das sind wir genau die Richtigen, um dieses Ding alleine aufzuhalten. Es flog. Es wäre besser gewesen, wenn wir ihn mit einem starken Nett haben. Er ist ein Körgeralien mit einem starken Nett. So, in meiner Meinung nach, ein Nett wäre die mehr effektive Option. Wir könnten ein großer Halt und cover es mit leaves. Werden du bist, Willi E. Coyote? Weil du bist, Ihr Nett-Idea ist so viel besser! Bitte remind mich, was wir versuchen zu catchen? An Alien oder ein Shark? Aber das ist doch geflogen, oder habe ich das falsch gesehen? Vielleicht, wenn du das falsch gesehen hast. Du weißt, wir cover all unsere Basis. Wir können zusammen eine größere Trap, die alle drei Ideen benutzt. Der Halt, der Nett und der Bear-Trap. Aber zumindest, wenn es failst, kann niemand die Finger schreien. Der Stier, das ist wahrscheinlich der. Wie? Schon rum? Schade! Rückwunsch, du hast das Ende der Demo erreicht. Willst du mehr erfahren? Ich werde es auf alle Fälle auf die Liste setzen. Ich finde es einfach zu cool. Ich bin da gerade voll drin. Ich würde sehr, sehr gerne weiterspielen. Ja, freut mich, dass ihr mit dabei wart. Vielleicht hat es euch ja auch gefallen. Es verbreitet halt einen super schönen 80er-Flair. Es verbreitet so ein bisschen Stranger-Things-Flair. Es gibt viele Anspielungen, gerade für Filmfans. Ach, ich finde es klasse. Ja, wird auf alle Fälle weiter beobachtet. Vielen Dank schon mal an EpicLama. Das sind die Entwickler. Ich mag euch jetzt schon. Also, Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.